Die Höhle des Bösen. Uh, ein, ein großer... Wie heißt das nochmal? Sackfeuer oder so, ne? Totenfeuer? Totenfeuer, ja. Totenfeuer ist das. Oder Frostfire. Huh. Was ist denn hier los? Party? Der Bluttrinker. Mit seinen Gift-Orbs, die er um mich herumcastet. Hey, ich hab ein Level bekommen. Muss ich mal mehr... Ja, ja. Du, 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 du. Oh. Immer wieder dieses Angebot, all meine Fähigkeiten. Eine Shaggy Monstrosity. Das ist anscheinend die Liebeshöhle von Aussehen Powers. Oh, ich muss ein bisschen aufpassen. Stark vergiftet. Oh. Wenn man das macht, dann kann man kein Full Passive Reset machen. Ja. Who cares? Ach so, du bist einfach weitergegangen, während das Viech mich langsam getötet hat. Welches Viech? Dieses Vieh, was hier neben dir stand. Ich hab gedacht, du wirst dich alle getötet, bevor du weitergehst. Nicht gesehen. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Bären. Wie bei Donkey Kong Country 3. Gibt's auch hier auf das Bacon. Hm. Ich hab eine Sackgasse gefunden. Interessiert dich das? Nein. Kannst du da was mit anfangen? Nein. Nichts. Deswegen bin ich auch einfach direkt in die andere Richtung gegangen. Giftige Bären. Du musst auf Dungeon sieht. Ein bisschen. Und diesen ersten Bären, den man besiegen kann, der die Rüstung fallen lässt. Ja, stimmt. Die Rüstung, die der Tag immer kriegt. Mega Bärenparty. Ja. Stell dich einfach mitten rein. Wird schon nichts passieren. Heißer, heißer. Auch Level bekommen. Der hat gar nicht so lange gedauert. So, was mach ich jetzt? Jetzt hab ich hier so einen Full Circle. Ach, boah, jetzt. Ne, doch keine Sackgasse. Uh, ist ne. It's a circle. Das ist jetzt eine lustige Brücke. One-handed melee weapons brauch ich eigentlich nicht. Totems. Schwert. Ich mach schon mir mal die Füße hier bei der Brücke. Äxte. Ne, ich hab ja Maze. Das hab ich ja schon erforscht. Avatar des Feuers. Increased Armor. Ja, da geh ich mal hin. Das ist, glaub ich, besser. Ich schau ein bisschen mehr Intelligenz auf dem Weg. So. Aber ich brauch ein bisschen Armor dafür. Dass ich, äh... Damit ich nicht so schnell sterbe immer. Top. Brücke. Sehr gut. Das Design könnte von mir sein. Wer hat denn diese Brücke gebaut? Ich selbst. Kai. Mit meinen eigenen, innerstgegebenen Atem. Ja, das werden super viele Leute wiedererkennen. Sie ist, äh... Ne. Boah, krass. Irgendwas ist hier super stark. Ich. Ne. Irgendwas ist hier super stark, was mir viel Schaden gemacht hat. Ich. Nee. Also ich hoffe zumindest nicht. Ich bin immer noch sauer. Ach so. Und ich mach dir ja heimlich, hau ich dir ja immer so gegen das Knie. Ah ja. Ist aber nicht sehr nett von dir. Ne, ich bin ja auch nicht sehr nett. Ich bin, ich bin, äh, fiese, äh, fiese Opa-Unkel bin ich. Fiese, mies gelaunte Opa-Unkel. Boah, ich muss gleich mal, äh... Hier ist ein sabberndes Skelett. Ich muss gleich mal zurück in die Stadt. Ich hab kein, kein Inventarplatz mehr. Ja, das gehört bei diesen Spielen dazu. Arming Axe. Ne. Knochenbogen. Ich hätt ja Bock auf den Bogen schützen, Mann. Gibt's das als richtige Krasse hier in dem Spiel? Ja, es gibt so eine Bogenfrau. Oh, den Namen vergessen. Aber ist mir auch egal. Amazone. Ja, hier ist nur wie ich nach draußen oder unten. Ne, sieht auch nach draußen aus. Sollen wir mal kurz in die Stadt, bevor wir rausgehen? In Level 2 ist das doch nach Level 2. Jo, wenn wir hier raus sind, wenn wir fertig sind, mir egal. Ja, ich hab halt... Ich denke mal in Level 2 ist jetzt die Darkness oder der Weg. Ja, aber ich würde halt gerne in die Stadt, bevor wir hier den Endboss töten, weil wenn er schöne Sachen fallen lässt, kann ich halt alle nicht mitnehmen. Also, ja, Moment. So. Ne, jetzt kommt wieder ein Gehtner. So, jetzt aber. Zurück zum Forest Encapment. Hä? Hä? Ist aber dunkel hier. Ach so, ja, so Darkness, ne? Und alle, alles Quests. Oh, die mögen uns alle nicht mehr. Ja, aber die verkaufen uns trotzdem Sachen. Ja. Ach, da hab ich jetzt keine Lust mehr mit zu befassen, alles. Hm? Nimm es. Na, wenigstens macht er uns nicht so. welche Vorwürfe wie der andere. Was ist passiert? Hat die Welt nicht aus seinem Schlaf gestartet? Wie sind wir es aufgewachsen? Bitte, was sollten wir tun? Bitte. Ja, bla bla bla, ja, können wir auch nichts weiteres sagen. Ich geh jetzt zurück durch dein Loch. Ach das. Ich verkauf's nur noch ein paar Sachen, dann komm ich auch nach. Mein Name ist Gruust. Ich geh schon mal ein Stück weiter, ne? Ja, ja. Töte noch zwei, äh, Rüstungs, äh, Nager. Schön hier. Schön, schön, schön. Was ist denn hier? Eine Tür. Eine Tür Richtung schleimiger Nemesis. Oh, da ist Geister, da sind Hedringelgeister wieder. Peter Jackson Geister. Bleib stehen, du Lump. Mein Okkultist. Die Truhe. Nichts drin. Nichts sinnvolles. Wahrscheinlich. Schwerter interessieren mich nicht. Ich brauche stumpfe Kampfgünst. Mentar ist leer. Jetzt kann ich wiederkommen. Ist da irgendwas interessantes grunden in der Zeit? Nö, nur mehr Schleim und Beeren. Schleim Beeren? Ne, Schleim Beeren noch nicht. Was ist denn hier? Höchstens Ghostbusters Schleim. Ah, da bist du. Es schleimte mich voll. Superior Sledgehammer. Ne, ist nicht gut. Ist nicht gut. Oh, den Bär hast du aber nicht getötet. Der hat eine Schriftrolle des Wissens dabei. Wusstest du es doch? Das war ein sehr weiser Bär. Du siehst verwirrt aus. Ich bin verwirrt. Wieso? Du hast so eine verwirrte Spirale über deinem Kopf. Guck mal, Geister. Ja. Und gelbe Leute. Und ein riesiger Bär. Riesiger gelber Bär. Riesiger gelber Bär. Mein Gott. Greatest. Other allies cannot die. Wäre natürlich sehr praktisch für den andere allies zu haben. Greatest Helmet. 53. 94. Blö. Brauchen wir noch Intelligenz für, sehe ich gar nicht ein. Der ist auch nur blaue Sachen. Der wäre super für mich gewesen, der Helm. Aber... Wird es arm? Ja. Muss halt sagen, ne? Weiß ich ja nicht. Ich meine, wenn da immer nur blaue Sachen drauf sind, ist das auch recht wahrscheinlich. Ein Waypoint gefunden. Deal with the Bandits. No. Hä? Ist ja schon... Hier, neue Skelette. Eisskelette. Eisslette. Stirb doch. Du Heilbeiskelett. Ist mir egal, wenn du ein Erzmagier bist. Huch. Das ist schon wieder nicht so viel Leben, ne? Das war wirklich recht knapp. Muss ich schon sagen. So mag ich das nicht. Oh, ich war komplett Eis gerade. Ich konnte mich gar nicht bewegen, für einen kurzen Moment. So mag ich die Feuermagier-Skelette nicht töten. Weißt du, dann möchte ich die Eismagier-Skelette und die Feuermagier-Skelette sich gegenseitig aufheben. So stehe ich mir so vor. So wird das auch funktionieren. Bestimmt. Bin ich mir sicher. Wir sind auch Blitz-Skelette. Wirst du auch irgendwann mal sein. Ja. Hab's schon mal dran gewöhnt, ja. Wirst du mal gucken, was ich erwartet. Hast du schon mal Explosiv-Hammer-Gegner gesehen? Nee. Ja. Hab ich auch. Das liegt ja an, dass ich... Keine Lust drauf. ...dass ich das Privileg bin. Ich habe das Privileg. Ich bin der Einzige, der die ganze Zeit stirbt. Ja. Sehr gut. Du hast gut gemacht. Mach's mit Butter. Hör auf. Ja. Warte. Ich töte eben die ganzen Blitz-Skelette, die hier so häufig vorkommen. Im Vergleich zu den Exklusiv-Hammer-Skeletten. So. Oh, ich habe eine Maske gefunden in einem Topf. Vielleicht solltest du irgendwie mehr Rüstung anziehen oder so. Nichts. Schild sehe ich gar nicht ein. Ich wollte schon sagen. Oder ein Schild. Und dann ein Einhand-Explosiv-Hammer nur haben. Animate Guardian. Das ist ein T. Ach so, das ist das. Okay. Ach, kein Mana mehr. Das ist ja auch nicht so oft. Top. Was ist denn jetzt los? Was ist das denn? Guardian animated. Cool. Hast du ein Problem? Der hat weder eine Hose noch einen Kopf. Ja. Wie ich. Oh, was ist das denn? Das ist ein Grinding-Total. Ja, das ist ein Turret. Ich glaube hier ist nicht so richtig. Nee, ich wollte auch noch mal gucken, was der Guardian so kann. Und? Ist er gut? Ist okay. Reicht. Besser als kein Guardian. Ist das so ein Skill-Jam oder hast du es hier als Schrein? Das ist ein Skill-Jam. Ach, top. Also hättest du den schon länger haben können? Ja, hab ich schon länger, aber irgendwie konnte ich den letztes Mal nicht benutzen. Vor dem neuesten Page oder so, weiß ich nicht. Weiß auch nicht, vielleicht hat es auch nicht funktioniert. Gott, da drüben leuchtet sehr ominös. Kann mich nicht mehr daran erinnern. Mein Gott. Was ist denn so ein Grinsetod denn? Ohne Gesicht. Ich bin wieder fast tot, ne? Mhm. Ich bin die ganze Zeit fast tot. Ich lebe am Limit. Ich bin auch fast tot. Nein! Ich habe Kuh gedrückt, statt der Entrank. Nein! Was passiert denn, wenn man stirbt? Nix. Das Portal aufmachen. Ja. Ich gehe einfach durch mein Portal. Achso, ist noch da. Ja, ja. Ist besser. Massive Thunder Guardian. Nein. Das erste Mal, dass ich gestorben bin. Ich schäme mich so sehr. Das Geile ist, diesen Guardian beschwöre ich aus Waffen, die auf dem Boden liegen. Echt? Ja. Also könntest du auch ausgesehen eine super gute Waffe zerstören? Weiß ich nicht, ob ich die danach noch aufheben kann, weil jetzt habe ich gerade so eine Zweihand-Keule zu einem Guardian gemacht. Ja, ich sehe es. Ja, ich sehe es. Seltsam. Mach mal einen Bogen zum Guardian. Mein Mann hat gespend. Hab ich da. Hier ist ein Bogen. Ja, deswegen habe ich das ja gesagt. Mach das mal. Hat gut geklappt. Nö. Wahrscheinlich kann ich nur einen gleichzeitig oder so, wo ist der andere. Ist weg. Ja. Schade. Vielleicht kannst du nur Nahkampfwaffen machen oder so. Also musst du das auch lernen, Fernkampfwaffen und Guardians zu haben. Schade. Hier ist ein Zepter. Ja. 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 Zepter geht. Das geht tatsächlich anscheinend nur mit Nahkampfwaffen. Animate a Melee-Weapon. Oh, Armor. Ja, das hilft in den meisten Situationen sehr viel. Das ist richtig. Oder Armor. Das ist cool. Guck mal, du kannst ja einen Tank beschwören. Ein Schild. Zählt Schild als Armor? Stimmt, oder? Ach komm, hier geht es hoch. In die Ancient Pyramid. Das ist doch bestimmt der Ort der Dunkelheit. Oh, jetzt hat er gerade das Zepter und das Schwert. Echt cool. Zwei Sachen auf einmal. Ah ja. Und jetzt kann ich ihm noch eine Rüstung geben. Ach so. Oh, also hättest du dir vorhin noch eine Hose und einen Helm geben müssen, damit der vollständig war. Ist ja witzig. Hier Gauntlets, gucken wir mal. Wieder drin. Super. Das ist echt super geil. Hier sind Boots. Auch wenn es Deerskin ist. Hammer. Das ist super. Die fühlen mir tatsächlich sehr gut. Das ist echt fantastisch. Ein Oiled Coat. Heavy Strike. Interesting. Mit Blau ist, will ich das haben. Aber es hört sich nicht so an, als ob es Blau wäre. Also es war... Du, Geese. Heavy Strike. Ist rot. Ja. Forceful Blow. Mit Rot kann ich nichts anfangen. Es gibt gar keine Hosen. Ne. Nein. Stimmt. Jetzt will ich doch selber eine. Cyclone. Selber eine Anzeige. Wo ist es? Cyclone. Hast du das aufgesammelt? Ne. Nein. Das ist grün. Warum ist Cyclone grün? Wo ist denn mein Mann hier? Mein Typ? Vielleicht ist der nur... Toad? Ja, vielleicht ist der nur begrenzt da. Naja. Stürb ganz schnell. Digga's und... Ne. Warhammer sollst du nehmen. Achso. Beides. Ja. Komm. Hier geht's nicht weiter. Das ist Scare Mask. So. Ich habe mir meinen eigenen Sackmenschen beschworen. Echt? Endcontent. Oh dear. Du scheiße. Ich stelle mich einfach jeden in den Blitz. Alles tot. Dafür haben wir dich engagiert. Boah, verliert der viel Energie gerade. Und tot. Schade. Ich meine, er ist wahrscheinlich immer noch so ein bisschen wie die Skelepte, die man beschwören kann. So ein Kanonenfoto. Jetzt besteht er nur aus einem Hut. Super. Boah, krass. Warum sind die so stark? Die sind Champions. Warum sterben die nicht? Achso, wegen dem Schreien. Die sind Schreien. Alle, die dürfen nicht sterben. Uiuiui. Da muss man natürlich aufpassen, ne? Ja. Da muss man ja auch gefuchst sein. Das ist schon ein ziemlich fieser Schreien, dass die Viecher alle nicht sterben dürfen. Oh, das ist direkt noch ne Treppe. Oh ja. Super Guardian auf jeden Fall. Ah, das ist ne Waffe. Endlich. Jetzt hat der so ne Faustwaffe. Super. Oh mein Gott, sind hier viele. Splash Damage. Splash Damage. Mach mal viel Schaden, die einzelnen Leute. Ja, nicht viel. Aber es waren halt auch super viele, ne? Hussar. Noch ein Level bekommen? Ja. Oh, ja, ich auch. Irgendwann. Ich hab gar nicht mitbekommen. Oh. Oh. Zu spät gemerkt. Kannst du auch ein Portal aufmachen. Ja. Irgendwann solltest du mich anfangen dafür zu bezahlen. Nö. Das ist, das ist, diese Portale sind die Währung. Ich kann nicht in Portalen dafür bezahlen. Das reicht mir ja schon. Ey. Egal. Soll ich einfach die Treppe hochgehen? Oder soll man weiter erkunden? Öh, Treppe hoch, oder? Ja. Wo geht's denn hier hin? Stairs. Hier geht's zu Stairs. Hm. Oh mein Gott, siehst du diesen Raum? Da will ich gar nicht rein. Pass auf, dass du nicht schon wieder stirbst. Ich pass auf, dass ich nicht schon wieder sterbe. Und tot. Also nicht ich, sondern mein Viech. Wirklich schon einen kleinen Moment lang, hab ich schon gedacht, nicht schon wieder. Ich esse ja jetzt für zwei Leute. Das heißt, du müsstest es auch noch länger brauchen, zu sterben, oder? Nein, ich esse für zwei Leute. So. Helm fehlt noch. Nein, hier ist ein Schreiben, dass sie nicht sterben dürfen. Nein, wie soll ich denn hier irgendwas machen? Das ist jetzt ziemlich innen, ne? Ja. Ist auch eigentlich so ziemlich die coolste Passivfähigkeit, die man haben kann. Also für andere. Also für Verbündete. So. Ball out. Es ist kaputt. So. Alles tot. Boah, noch mehr Champions. Direkt zwei, noch so einer. Direkt zwei von diesen scheiß Schreien hintereinander. Boah, ich hab ne Treppe nach unten gefunden. Nein, noch ne Treppe nach oben. Tunika. Meine Wache zum Leben. Ich will nicht langsamer sein. Als ich sowieso schon bin. Also hier geht's weiter, wenn du Lust hast, weiterzugehen. Wenn du weitergehst. Ich stelle mich hier so lange, ich ne töte Skelette. Wo bist du denn? So rechtsisch? Ja, rechts, rechts, untenisch. Oh, Reef. Ne, hier ist die Tür zu gewesen. Hier auch. Ah, da bist du. Unten, unten. Ne, echt? Ich hab gedacht, ich hab gedacht, du wärst weiterlings gewesen. Oh, mein Gott. Du, 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 Moorstairs. Ne. Hä? Bist du da drin? Ne, ich steh hier. Ich hatte keine Lust, die Tür aufzumachen. Bei mir bist du in dem Raum drin. Standst bei mir im Raum drin. Du bist im Raum drin rumgelaufen. Das Spiel ist schon, hat schon ein paar, ein paar Bugs drin, ne? Hier und da mal. Ja, es läuft ja auch übers Internet. Ja. Was ich auch nicht unbedingt unter den Vorteilen zählen würde. Snoot nicht. Oh, Axt-Skelette. Mein Gott. Ey. Warum sammelst du vor Portalschriftrollen ein? Du brauchst sie doch gar nicht. Um nicht irgendwann damit bezahlen zu können. Naja. Direkt die nächste Treppe. Es geht hier sehr... Ah. Hier. Apex. Oh, und ein Ausrufezeichen. Meinst du, das hier könnte die... ...die Quelle der Dunkelheit sein? Seems to require a triangular key. Haben wir einen dreieckigen Schlüssel dabei? Nein, aber lass hier dann gehen. Durch Stargate? Geht nicht. Oh. Boah, sagt mir bitte nicht, dass wir irgendwie diese scheiß Pyramide durchsuchen müssen. Ein dreieckige Schlüssel. Oder nach drei eineckigen Schlüsseln. Ne, hab ich auch keine Lust. Oder drei eineckige Schlüsselteile. Okay, Quest sagt... Okay, wir müssen zurück in die Stadt und mit Eremir reden. Ups. Dann mach mal ein Portal auf. Ja, ja, mach ich. Das? Achso. Guck mal, deine Axt ist schon ganz ungeduldig, die da neben... Zurück im Forrestland Campion. Was wird Eremir sagen? Weiß nicht. Wollt ihr es erfahren in der nächsten Folge von Let's... Rede mal mit Eremir Connery. Das Bacon. Das ist schon ganz ungeduldig, die da neben...